Es werde Licht. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wenn wir ein schönes Licht gemalt haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Umgebung auf dieses reagieren lassen. Wie das ganz einfach geht, zeige ich dir in diesem Nachtbild. Nun, in der Nacht ist natürlich alles ziemlich dunkel, bis auf die Stellen, die vom Licht angestrahlt werden. Zum Beispiel der Boden. Nun, der Boden wird von oben angestrahlt, also wird er unter der Lichtquelle etwas aufgehellt. Ich mache das in einem rötlichen Ton, zumindest beginne ich damit. Das ist bei mir Aliseren Karmesin. Wenn ihr dieses nicht habt, könnt ihr einfach euer Rot nehmen, ein Cadmiumrot zum Beispiel. Und das trage ich langsam und vorsichtig auf. Gerade Kanten und sichtbare Pinselstriche möchte ich dabei nicht unbedingt haben, denn im Realen ist die Kante zwischen Licht und Schatten auch eher schwimmend. Also kommt auf die Umgebung drauf an, wo es stattfindet, aber hier am Weg bei so einer Lampe wird es wahrscheinlich so sein. Und der hellere Fleck, der wird immer zentraler und immer weiter aufgehellt. Ich verändere die Farbe dabei etwas ins Orange. Dafür mische ich das Aliseren Karmesin einfach mit etwas Gelb. Da muss man etwas schauen, wie man das macht. Mein Prozess ist einfach, dass ich, wie gesagt, eben schrittweise und langsamer heller werde und immer wieder die Kanten und Grenzen etwas verwische, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Ich verwische das also wieder etwas und frage mich dann, wie würde das Bild noch besser werden? Soll ich etwas heller werden? Soll ich etwas rötlicher werden oder gelblicher? In diesem Stadium lasse ich das erstmal und wir konzentrieren uns auf die Bäume. Hier können wir uns jetzt auch eine Komposition erarbeiten, indem wir die Lichtstellen nur am vorderen Bereich aufbringen. Konzentrieren wir uns zuerst mal auf den Ort nahe der Lichtquelle, rechts und links der Lampe also. Hier die dunkle grüne Farbe von den Bäumen einfach etwas aufgehellt mit Weiss und damit erstmal einige Pinselstriche ziemlich zufällig platziert. Nicht zufällig im Sinne, wo die Lichtquelle herkommt, aber die einzelnen kleinen Stellen. Halt unterschiedliche Abstände, unterschiedliche Grössen. Und wenn ich mit dem Ergebnis erstmal zufrieden bin, dann werde ich mutiger mit der Farbe. Die Farbe etwas ins Orange hinein und damit etwas weniger Stellen bedeckt als mit der vorhergehenden Farbe. Also über die weißen Flecken etwas Orange drüber und wie beim Boden diese nun schrittweise weiter aufgehellt. Immer dort, wo ich das Gefühl habe, wo es Sinn für mich ergibt. Ja, hier möchte ich noch etwas heller werden, hier etwas mehr Orange. Und ja, hier gefällt mir das, wie es aussieht. Und da werde ich mit dem Orange etwas kräftiger und bringe das auf weiteren Stellen auf. Nicht an zu vielen Orten. Das ist immer die Gefahr bei Highlights. Wenn sie einem gefallen, hat man das Gefühl, oh schön, mehr davon. Aber es gibt einen Punkt, den man überschreiten kann und dann sind es einfach zu viele. Ich bin schon relativ knapp dran. Es kommt aber noch eine etwas grünlichere, hellere Farbe an Stellen drüber. Damit wird das Orange dann wieder dezimiert. Trotzdem macht das nicht an zu vielen Orten. Nun auf der rechten Seite weiter außen und links können wir auch noch etwas mehr Struktur hineinbringen. Das mache ich nun mit der etwas helleren Farbe vom Anfang, die dunkle grüne Farbe mit etwas Weiß hinein und einzelne Stellen damit beleuchtet. Aber nur im vorderen Bereich, damit die hinteren Bäume auch hintere Bäume bleiben und etwas entfernter wirken. Wie gesagt, gerne komme ich jetzt noch mit einem helleren Grün hinein, das ich wie hier auch wieder weiter aufhelle und das an Bereichen aufgebe, wo ich das Gefühl habe, dass es Sinn ergibt. Und wieder nicht an zu vielen Orten. Vor allem nicht dieses gräle Grün. Der Boden darf nun noch etwas aufgehellt werden, an wirklich der ausgewählten Stelle direkt unter der Lampe oder sagen wir mal da, wo ich das Gefühl habe, da wo das meiste Licht auftritt. Da die Farbe noch mal etwas aufgehellt und das Ganze verwischt. Nun, die hinteren Bäume, die könnte man gut auch so lassen. Dann sind die wirklich noch mal etwas dünkler und nur im Hintergrund. Damit das jetzt aber bei mir nicht so stumpfe Dreiecke sind, habe ich die nochmals etwas bearbeitet. Zuerst ein paar Luftlöcher in die Bäume hinein. Und das sind so natürlich relativ viele. Ich komme jetzt aber mit einer etwas dünklen Farbe noch mal darüber, einfach um den Bäumen Struktur zu geben. Es geht mir vor allem darum, dass halt eben die hinteren Bäume nicht wie stumpfe Dreiecke aussahen, wie sie es Anfang taten, sondern etwas Buschwerk simulieren, einzelne Blätter etwas simulieren. Ja, wie gesagt, mir gefällt es so wirklich auch sehr. Hätte man es aber dunkel gelassen, wären die weiter im Hintergrund verblieben. Aber ist ganz in Ordnung so. Nicht, dass es ein Fehler wäre. Überhaupt gar nicht. Und weil ich das Bild so gelassen habe, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Keine Angst, wenn du dich jetzt fragst, ja gut, aber wie malt man denn das Licht? Die komplette Anleitung fürs Bild kommt in einer der nächsten Videos. Wenn du dieses nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal. Ansonsten danke ich dir vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.